Servus Angel-Freunde und willkommen zu einem weiteren Video von RF4. Da ich mich sowieso am Fluss Sura schon aufgehalten habe, habe ich mir gedacht, ich suche gleich mal die Schleie. Ich hatte an dieser Position einen 8 Meter Clip und als Köder hatte ich Honigteig und Käse. Und im Futterkorb hatte ich das Standard Schleienfutter. Am Ende des Videos seht ihr dann wieder mein Equip und meine Position, dann wünsche ich euch dort viel Erfolg und Petri Heil! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.